Ich wünsche allen Teams viel Spaß, viel Erfolg und hiermit ist der Cup offiziell eröffnet. Die Barber-QS Cup 2014 in Kärnten angekommen. Meine Damen und Herren, David Alabao ist auch hiermit dabei und Messi ist auch da. Ich glaube schon an die Frauenpower auf den Fußballplätzen. Man kriegt ein gewisses Auge dafür, wenn jemand diese Sportart beherrscht, diese Sportart auch lebt und seine Seele hineinschmeißt. Unsere Stargäste hier bei uns, Ibi Zawastić und Christian Mayer. Wir sind ein Sportland, man kann nahezu alle Sportarten ausüben. Unsere Hauptkonzentration geht in Richtung Nachwuchs. Daher versuchen wir auch vor allem Nachwuchsturniere, so wie es von euch gemacht wird, zu unterstützen. Das ist eine ganz wichtige Kooperation, denn wer in die Jugend investiert, der investiert in die Zukunft. Das ist eine ganz wichtige Kooperation. Ich bin nur der Mitfuhrer, aber unterstützt natürlich die K&K Hofmannschaft. Finale, wir kommen! Wir kommen ins Finale! Finale! Finalspiel 1, Party People auf der einen Seite und Captain Paloo auf der anderen Seite. Captain Paloo, Tagessieg beim Powerpack PSK Cup 2014! Das Dream Team gegen die Minimalisten. Spannend, auch dieses zweite Finale. Das La Strada Dream Team und Captain Paloo werden Kärnten vertreten in Tirol. Das La Strada Dream Team!